jetzt ging das noch mal nachher wenn ich dich darauf schießen kann bin ich glücklich ich muss jetzt erstmal überlegen ich war so schicksiert auf den hier irgendwo muss es hier auch eine kanone geben wo man darauf schießen kann okay ich habe hier kanonen und eine scheibe ich kann ich habe was ok das also mein erster versuch 40 warte ich weiß gar nicht was sie die kanone gefunden hier folge mir hier bin ich hallo ja genau du musst nur um ja ja kommen folgen sie mir ich führe sie zu kanonen ich war gerade gerade eine knappe 40 ok ja ich bin hier nur gelandet um den hinter das war keine absicht aber man muss damit leben passiert bestimmt irgendwas wenn man die 500 knackt kann man sich auch auf ich überlege gerade kann man sich auch aufeinander stacken das war aber schwierig wir schaffen das auch schon wieder genau bleib dran ich versuche ich ziehe auf dich es war knapp ein fuß war schon drin im kopf lachen dann was denkst du wieder nichts nichts ist klar ist klar jetzt aber geschafft nice und kann jetzt eigentlich warten bleibt mal kurz dort ich will mal was ausprobieren wenn ich jetzt die gleiche kanone wie du kommst ich komm heute echt nicht weit wenn wir so weitermachen ich weiß nicht was du meinst wir mussten das so machen straight vorwärts ich mach jetzt ich ende mal nix an den einstellungen ich bin gespannt wo ich lande na direkt naja es ist mehr in dir wenn ich so ehrlich bin okay wir müssen das video auf achtzehntel klappen uah zug ach du mir das gefährlich wieso bist du nicht so ich werde auch warte auf mich ich bin hinten drin oh ich kann sogar geil first person was kannst du ich kann gar nicht schneller oder langsamer fahren ich kann nur du kannst du tut machen du tut machen du tut du tut du tut du tut du tut ist wir sind hier müssen wir hier raus ja oder ist da sehe ich doch was ich habe keine ahnung ob das zum ziel führt aber ok bowlingkugel machen was mit gewalt oder okay kann das geht das geht nicht ein bisschen länger machen wir weiter hatte auch kurz die frage wo die kollision ist und finden und vor er so und so jetzt haben wir im komplett gegensatz gearbeitet fühlt sich gerade an aber an als ob wir hier die schurken sind die das schloss übernehmen wollen wir sind nur eingebrochen niedlich sind die schon denn ich ich habe das schloss hier kreiert ja von mir kommt sogar das wort magische schloss also wir sind botschafter aus einem sehr weit entfernten land und bringen einen brief von höchster wichtigkeit für eure majestät dann händigt ihn mir aus müssen ihn ihrer majestät persönlich geben weil sie ihre majestät töten wolle sprichst du die war scheiß buch habe ich nicht vermisst ich bin dr hakim das buch der wahrheit stets ihrer majestät verpflichtet der edlen fanti der dritten königin des magischen schlosses bist du auf dich einzuschmeicheln ignoriert diesen blödsinn er ist verrückt loko er lügt nur ach ja und wieso zeigt ihr dann nicht einfach euren brief der majestät vielleicht mache ich es ja also die sache mit dem brief ist leider kompliziert seht ihr denn es gibt nämlich keinen brief fall gelöst nehmt sie gefangen das ist das buch der antiliebe das buch der hölle gugligeis machen halt alles besser wieso musstest du ein kerker bauen naja weil in allen schlössern nun mal auch kaker sind entschuldige habe ich mir nicht ausgedacht glücklicherweise bist du nicht der ingenieur in der familie kannst das lassen was soll das das ist von mir ist nicht zu übersehen braucht doch einen abfluss ist doch durchdacht ziemlich großen abfluss das ist mobbing ich möchte diese bohnen nicht essen sollen ich kann nicht na los das ist jetzt wo müssen wir lang rechts lang wachen folgt mir schnell na komm ich finde die irgendwie süß ich weiß auch nicht wie die laufen kleine beinchen ja ich finde das schwer ich will aber nicht dass du das schwert hast es geht nicht gut das wollen wir das ist schon cool ich will auch das schwert nein auch können wir tauschen los 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 jetzt zum dungeon crawler ok man hat man hat kann man nicht mehr da nehmen wir hatten rull dafür Warte ich will mal kurz testen Achtung Dann will ich aber auch meine Ui testen Okay Okay Let's go Okay es wurde sich eindeutig bei einer, bei einem Charakter mehr Mühe gegeben als beim anderen Das möchte ich nur mal betonen, das finde ich nicht gut Okay Haha Du kannst teleportieren alles klar Irgendwas muss ich ja hier auch können Ah Knopf Ah da ist ein Knopf Und dass man nicht springen kann, verrückt mich ein bisschen Ist halt ein Oh Oh Nur einer testet, der andere macht Oh Ich komm nicht rüber Okay flitzen Und dann Ja du kommst weiter als ich Komm hoch Warum Bin ich froh, dass ich nützliche Kräfte habe Gibt's hier irgendwas? Ne Okay Wir spielen jetzt also die A Wir spielen jetzt quasi Diablo hier Ja Wiii Ach das bist du Ich komm hier lang Ah Danke Denn sorry Jemand ging auf einmal Sowohl vor mir als auch bei mir Ja Ja das mache ich Das mache ich auch halbwegs gerne Ich komme jetzt gleich rüber 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 Ok Ach ich dann doch rüber rüber rankommen Aber wie Du also jetzt hasst ja... Das Problem gesehen oder? Ne du kannst hier rüber Du kannst hier rüber Ja ja warte Genau ja Eigermann Knall Kannst du hier rüber Dann können wir es zusammen hier rüber Oh 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 hat's raum hier mal nein ich bin besitzt das wollte ich nicht ich sehe manchmal gar nicht wo ich bin super verwirrend eisknarre du hast halt übrig gelassen der ist gerade erst aufgetaucht hab ich gedacht man muss auch mal spielzeug am leben lassen anklärt nicht immer nur spielzeuge töten kommst du ja ich habe erstmal geguckt was hier so abgeht ja verstehe erst mal gucken ob ich sterbe wie das ja ist doch kein problem noch einfach hier lang gekonnt aber es wäre zu langweilig ja sehe ich auch so ne da hätten wir ihn gemusst das ist aber nicht nett es ist halt wie bei diablos immer der letzte weg es ist nie der erste es ist immer der letzte wenn ich die ganze zeit einfach abfülle geht auch nichts kaputt muss man lang hier lang ein bisschen hier schlitzen kannst du doch auch oder schützen kann ich nicht leider nicht schützen schützen ach so herrlich ist mein teleport quasi ich hab halt den welch wo ich mich die potenzial nur hat nichts dafür nicht ganz soweit deswegen ist ein kleines stück die kommen durch da unten müssen wir lang da unten das ist so hochredend hier so viel stress auf einmal ich bin nicht für so viel stress gemacht hier lang oder halt komm schon schaffst du kannst du dich nicht einfach verreisen was geht hier wir müssen das kaputt machen das war aufregend halleluja so viel stress ist nicht gut für mich endlich mal wieder aber hier in den ganzen tun ist ja nichts drin das ist ja ich will gold wenn ich schon in diablo like spiele dann will ich auch gold auch super langweilig okay wir brauchen takt da oben ist irgendwie da das ist diese okay wir müssen ketten zerstören ach ja verstehe vorm her vorm her komm her und die so wahrscheinlich weil der schön dumm ist springt jetzt auch direkt rein unsere chance ja guck mal hände angreifen ich bin direkt einfach mit reingesprungen keine sorge ich hab's erledigt ist aber ein erstaunlich einfacher bosskampf das stimmt oh gott und es ist auch kein spielzeug ich habe es von meiner großmutter ja und ich denke dass sie sich freuen würde dass es auch benutzt wird genau was kommt jetzt die schaffiguren leben na los ihr bauern lasst uns tanzen wenn ich einfach spielen ich will dann ist gut doch hier die bewegen sich wie schaffiguren ok sie explodieren ja der könig kann immer nur ein feld gegen und die dame kann alles da hängt also ja ok ok und die figuren diese beschwören macht immer schon besprechen ihrer ihrer bewegung gott da kommt werde werde können nicht gerade der eben ich bin auch davon ausgegangen dass sie das nicht machen weil du gesagt hast das war zu einfach der gegner ja es ist tut mir leid ich bin mir noch nicht sicher wie ich am besten angreifen soll hat er mich immer trifft wenn ich so nah bin der turm der turm macht auch nur die springer haben keine regeln springer die kommen gerade anscheinend obwohl sie das eigentlich nicht dürfen ok ich habe meine ich glaube tatsächlich ist das einfachste die dame anzugreifen weil der könig der springte die ganze zeit und macht damit schaden die dame steht relativ viel gestillt und macht nichts aber geht dafür immer ein bisschen mehr das recht ist eine sehr gute idee okay man muss es einmal durchschaut haben nice sehr geil aber ich hätte trotzdem gerne schacht gespielt das hätte ewig gedauert ach egal weil man die tür eintritt das ist immer der rüssel schon erledigt siehst du ich weiß was ich tue nein und tschüss ihr magischen outfit das ist nicht nett aber das jetzt können wir nicht den elefanten töten das finde ich eher gut um es ein brechern schwer zu machen es hat funktioniert oder es ist sogar ziemlich ausgeworfen wenn du drüber nachdenkst wir wurden gerade gebraten siehst du ich hätte trotzdem gern mein outfit ja nur weil du das bessere hattest wir müssen es töten nur zur erinnerung nein wir müssen aber damit wir das kind zum heulen bekommen seid gegrüßt eure majestät hallo ihr braucht euch nicht verbeugen ich bin fanti die elefantin roses beste freundin wollt ihr ein paar kekse okay so wie sie redet fällt es mir nicht schwer zu du bist brutal wir müssen unser kind zum weinen bringen es ist toll alles ganz ganz toll nun du bist eindeutig nicht glücklich du musst beknütteln oh ist das gruselig was soll das denn lass uns ihr vertöten mich töten warum wollt ihr mich umbringen warum hat sie es nicht noch lauter gesagt nicht töten es ist eher so dass wir müssen und auch nur ein bisschen ein bisschen töten die liebevolle elefantin ich liebe rosie und rosie liebt mich ich möchte nicht sterben ich weiß nur es geht leider nicht anders es tut mir leid nein nein die ist hart eiskalt das werde ich nicht mehr arbeiten wird sie einfach entkommen na klar wer kennt es nicht hat jeder zu hause ihr habt euch auch sehr viel mühe gegeben dass sie entkommt royal cookie claw und so werden aus keksen krümel da stand gerade ich schätze so trötet der elefant nun mal wir müssen zum weinen bringen ja vielleicht war nicht zauberbrechen oh gott okay wir kriegen elefanten dahinter ist da hinten ach nein nee der ist hier vorne der war aber eben so zack und jetzt jetzt okay hier geht im kreis wir warten wir gehen nach links okay okay wir warten und dann springst du wenn die da ist wenn die Mosern entsteht jetzt okay er hat na okay er hat eine Verzögerung alles klar jetzt geht es auch wieder zurück cool schaffen wir okay jetzt jo okay der elefant tut mir schon ein bisschen leid mein fuß hängt weg schnell bevor sie entkommt es tut uns wirklich leid ja wir verabscheuen gewalt oh gott ich will das nicht ist schon mal ein Bein rausgerissen jetzt bringen sie nicht noch verstümmeln sie auch vorher oh wir müssen mit ihr an den Rand des Bücherregals das ist auf der anderen Seite dieses Spiel ist echt hart lass uns doch gleich diese Schere hier nehmen oh man Hilfe ey wir kriegen dich du kannst nicht entkommen du bist die Böse Ronny und Clyde hier oh man ey oh jetzt reißen wir eben noch das Ohr raus oh oh machst du mit? ja sorry ich hab mich gesehen ich dachte man muss gedrückt halten oh man jetzt noch der Arm raus wir sind sehr schlechte Eltern sehr sehr schlechte Eltern ja hat die gerade versucht ihr das Genick zu brechen ja hab ich schon okay ich nehme alles zurück ich möchte es doch nicht töten oha Panty 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 sehr gut Süße ja komm schon Schatz Alter oh Panty alles gut oh 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 nein du bist verletzt wenn wir die gleich nochmal töten müssen weil die jetzt repariert wird ne tut mir leid tut mir leid dass du dich verletzt hast das mach ich nicht die installiert das Spiel jetzt wird die eh weinen und es bringt nichts es wird nichts bringen wow merken sie es eigentlich selbst ja bevor sie aufhört dann los was passiert ja gar nichts was passiert ja gar nichts ist welche Überraschung hopp die Tränen sollten funktionieren oh nicht doch bitte nicht wir bleiben für immer so das ist euer einziges Problem na das kann nicht sein die Tränen sollten doch was was ist das hey May May lass mich es ist vorbei das ist anscheinend ein Brief von Rosie Mama Papa es tut mir leid was ich euch angetan habe was ich weiß wie ich alles wieder gut machen kann alles was ihr tun müsst ist das ist es das ist die Antwort wie brechen wir den Zauber alles was ihr tun müsst ist wow aha nicht so schnell hey gib das her das ist unser Brief ihr seid noch nicht bereit dafür arbeitet zusammen um diesen Brief zu verdienen ihr müsst eure Beziehung reparieren nein du Idiot na herzlich nein hat er auch mal schneller lesen kann du hast alle unseren einzigen Ausweg zerrissen ja das stimmt in vier Teile fügt alle vier zusammen und ihr habt die Antwort du stures Buchstück es ist Zeit tief in eure Seelen einzutauchen und die vier Seiten einzusammeln los geht's hey wo willst du hin hinterher gib uns den Brief das Kind kann weiter heulen oh oh no mach uns los das ist Entführung oh nein das hier ist Dr. Hakims Partherapie ich weiß was schlimm ist sag doch einfach dass ihr ein Team seid ja sag doch einfach ja ich kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein oh es sei denn du willst dass ich mich klone klonen dein Ernst doch bitte wie lächerlich für dich ist Zeit nicht relevant das ist lächerlich du hast keinerlei Zeitgefühl aha klonen und kein Zeitgefühl gut erkannt wir machen schon richtige Fortschritte prima aufgepasst ja ok wo sind wir ich hab keine Ahnung Hola ihr seid hier in der Kuckucksuhr eurer Familie wieso du wünschst dir dass du dich klonen könntest und jetzt kannst du es und Cody du hast kein Zeitgefühl nun wird es dir möglich sein die Zeit zu kontrollieren juhu endlich hab ich mal was cooles oh das ist halt nicht cool ja bin ich das schon ganz vergessen wie die aussahen seid ihr auf getrennten Gleisen nicht miteinander verbunden folgt diesen Gleisen und sorgt dafür dass sie sich wieder treffen vergesst das nicht wenn ihr das schafft erhaltet ihr euren ersten Teil von Roses Brief viel Glück warum müssen wir jetzt diesen Holzfiguren folgen der Kuch meinte die zwei müssen sich treffen ja und wir brauchen Roses Brief um den Zauber zu brechen und abgibt dann muss ich auch was machen du kannst dich zum Klon teleportieren ah ja cool und ich bin tot Moment das kann ich gehen sie bitte durch ja also ja keine Ahnung du musst den Klon glaube ich machen aber kannst du dich dann teleportieren nee aber ich glaube du kannst in die Hebel gleich machen ich kann mal versuchen du kannst doch auch sprinten okay stimmt da war ja was musst du ein Klon vielleicht kannst du die Tür mit deinem Klon erreichen bevor sie sich schließt ah ja warte Klon Klon ja ja Moment ich kann ich hier durch oder so ja jetzt ja diesmal finde ich deiner den ist auch besser der Klon ist okay nee oh hier ging es nach unten wie ging das nochmal nee das war nicht richtig ah ja so ging das mhm was machen wir hier kommst du irgendwo runter oder muss ich kannst du einfach runter springen ich komme hier runter ja erstmal abkürzung genommen ich muss hier den langen Weg glaube ich da Moment okay und jetzt setzt jetzt hier ein Klon hin an was ja wenn wir dich loslassen musst du musst du glaube ich schnell hin teleportieren oder so erstmal los mal sehen was dann passiert ah ok ich bin weiter ich bin weiter vorne ich bin weiter vorne denke ich okay perfekt und bitte nochmal nach oben sehr gut okay da unten da kommt so kann ich dich von hier aus glaube ich obwohl hier kommen wir beide glaube ich auch nix ich kann ja ich kann dich auch ich weiß mich zu spülen ja ich kann es auch wieder hoch machen weiß ich was man machen können aber theoretisch was wenn man schon machen müssen und hier kann ich habe mich gesehen dass dann abgrund ist macht die eule noch mal ganz bitte naja warte und jetzt lass mal ja ich verstehe was man muss doch zurücklassen im klon okay gut dann jetzt okay man kann es auch anders machen kleine cheaterin die sprünge sind einfach nicht so meins ich weiß so hier sieht es irgendwie schon noch die kammer aus und da rechts ist was hier ist was ach so ein knöpfer bleibst du da drauf stehen bereit wir haben gleich mal stehen gehen sie darauf das gefällt ja abschoss ja ich habe ein bisschen spaß genau drauf gelandet ich habe mir sehr viel schlimmes wie cool und wie schön aber wo sind die holzfiguren was haben wir sie schon verloren und jetzt weiß ich nicht welche holzfiguren die dinge die wir die ganze zeit verfolgen ja ich verstehe ja leider wieso hast du ihm zugestimmt naja es ist wahr du bist nie da kodi denkst du wirklich dass ich mir aussuche nicht zu hause zu sein keine ahnung aber ganz genau so ist es und das schon lange ich habe doch keine wahl was meinst du wenn ich meinen job verliere dann verlieren wir alles okay aber wenn du nie da bist verlieren wir uns sie mal da sind sie los folgen wir ihnen okay ich habe hier eine glocke und was haben wir hier noch eine glocke konntest du da nicht drauf drücken ja wie denn ich dachte du kannst gleichzeitig machen wir leider nicht ich kann nur halten oder mich bewegen nicht in den hintern ach so dann hier drüben und das ist der andere dann geh lieber in deinen eigenen hintern kann man doch wissen ich habe kein okay also wir können den weg ein bisschen hier sind die dinger das regnen abend wie bist du denn da hingekommen bin da drauf gesprungen und ich komme ich kann die theoretisch die zeit davon zurückspulen aber kann ich noch mach mal wo willst du hin weiß ich gerade auch nicht ich gehe gerade hier kannst du mal die zeit hier bin dabei es regnet dann also regnen ist ein bisschen aber ja bitte gehen sie ja du kannst du es ist quasi open world glaube ich gerade ich kann wenn die treppe wieder runter kommen die wieder festhalten habe ich gerade versehentlich losgas und müsste ich das einmal wieder runter lassen ach da drüben ich dachte jetzt auf der seite der andere drücke einmal okay ich muss wirklich nacheinander greifen ja das war gemein naja ist automatisch halt weggegangen ich muss die ganze zeit nach links halten glaube ich und dann ist auf einmal weggegangen und ich bin halt direkt in den tod gelaufen das war leicht unfair oh das sieht was für mich wieder aus dann öffne jetzt einfach das tor sollte ein klack sein oh ich kann es mir mal draus du bist was schwer zu schauen wenn ich das ach hier ist was ganz dumm warte ich muss ja erst was zeigen was musst du mir zeigen ich komme guck mal wenn man hier das licht ausmacht kommt sie raus und beschwert sie schule ok wir haben den moment zurück richtig ja okay das war jetzt nicht so eine herausforderung überhaupt fast enttäuscht immer das gleiche mit dir so alleine eigentlich war wieder ein minigame finden ja eigentlich schon wieder schon wieder verpasst ganz genau aber um hinein zu kommen müsst ihr die geheimnisse der kleineren türme lüften oder das seht ihr nur eine idee warum lässt du uns nicht in den großen uhr im turm und das sofort ja wir müssen so schnell wie möglich zurück in unsere echten körper geduld me zeit ist eine illusion es gibt nur das jetzt ja fühlt ihr es nichts anderes als jetzt alles geschieht jetzt was ist das für eine komische kugel ja das meine freunde müsst ihr selbst herausfinden wir sind nicht seine freunde ich habe die vielleicht können wir diese fügel nutzen ich bin gut zu füllen ich wollte gerade sagen bitte lass es ich wusste dass das kommt linker zuerst bei der bösen barriere ich denke einer links einer rechts wir müssen noch zu zweit bin ich zu dir unterwegs kann man dort einfach nur abwärts steigen kann betrücken ich mache ein bisschen lasst ihr zeit fühle ich nicht unter druck gesetzt ok ja ich habe auch glaube ich jetzt jetzt ist das jetzt ist jetzt ist ganz simpel ok hat das soll ja erst mal gesehen ach ich darf und springe ich dann haben wieder gegen stadt drauf gesprungen geschafft das was ist mit ihr du kannst es packen ich warte hier gut dass wir es gleichzeitig gesehen haben ok jetzt ist es möglich das geht nur wenn ich hier drauf stehe auch hier muss ich warte mal kurz warte mal ich muss überlegen weil ich brauche hier oder da ein klon ganz von beiden ok 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 muss kurz warten bis sie auf blau ist und dann ist gut irgendwie hat er den doppelsprung nicht gemacht ok warte ich muss erst mal ein klon wieder ja ich glaube du schaffst es in der zeit ok jetzt bin ich dran wie du brauchst zuerst blau ne blau ist schon ok dann grün rot ne grün ach so du steuerst ja entschuldigung das habe ich gesehen dann rot ok ich fahre jetzt langsam rüber also einfach springen ich dachte du musst jetzt das gleiche prinzip machen wie ich war zu ok ich gehe immer ich gehe immer so weit wie möglich und gehe dann einfach rüber glatt gleichmäßig hier dann gehe ich da nach oben jetzt fahr ich einfach zurück und da kannst du anpassen jetzt mach du mal so ein bisschen bisschen beintraining bei mir sieht das besser aus als bei dir moment kriege ich das hin darf mir auf dem arsch zu klotzen niemals mit welchen Schäle so tor nummer eins oder so ja eins von zwei türmen um ein teil von vier zu bekommen genau ich mag diese komischen lichter nicht sieht gefährlich aus das ist ein glühbirnchen absolut ich glaube wir brauchen sie brauchen wofür um das auszuschalten ich dachte das wäre schon ja ich hab auch kurz gedacht aber ne ok was machst du da eigentlich ich will da eigentlich hoch zu den lichtern also der nächste logische step ich wollte jetzt mal rüber zum nächsten bombe ja ich hab's gesehen direkt von hier oben wow dreimal muss man treffen da ist noch mehr mal die werden noch müssen wir die können wir den aus einfach zu bomben wir müssen erst mal aufmachen so weil man diese ganzen wurden trotzdem noch als quest angezeigt das machst du super ja danke ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020